Hallo ihr lieben Abhörer und Abhörerinnen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unserer beliebten Hörbuch-Streaming-Show Abhören mit Mieze. Heute, Ausgabe Nummer 7, ich bin natürlich nicht alleine hier. An meiner Seite mein Honig-Pfläumchen Ralf. Ralf, wie läuft's? Ja, läuft wie immer. Ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich auf dich. Außerdem freue ich mich natürlich auf unser Themenfeuerwerk, denn wir schauen wie gewohnt auf das aktuelle Audio-Geschehen bei Spooks. Heute mit Florian Ilias, 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Außerdem geht Ralf Backstage mit Patrick Ehrlich vom Aura-Tonstudio in Berlin. Und womit fangen wir an? Mit David Safir, mit der Ballade von Max und Amelie, gelesen von Jodie Leslie Ahlborn. Eine neue Stimme für dich? Ja, also ich gebe zu, ich kannte die Dame vorher nicht, aber es war eine große Entdeckung. Schön, und wie sieht's aus mit David Safir? Kanntest du den Autor? Da sag ich mal Dito. Ich weiß jetzt, dass der aus Bremen kommt und eine Liebesgeschichte zwischen einem Hundepaar erzählt. Das ist schon mal was anderes. Woher kam dir denn das Thema bekannt vor? Oder lass mich nochmal anders fragen, Ralf. Ist es die erste Geschichte auf Tierebene, die dir begegnet? Nee, aber da geht's ja um eine einäugige Hündin. Und da ich ein großer Kenner der griechischen Mythologie bin, hab ich natürlich direkt an den Zyklop gedacht. Okay, ganz ehrlich zugegeben, ich hab, bis du's gerade gesagt hast, hab mich eine Sekunde an den Zyklopen gedacht. Ich hab an Glenkill gedacht. Ich hab vor allem an Garou, weil wir verfolgen nicht nur die Geschichte von Narbe, so heißt die Hündin, und Max, so heißt der Hund, sondern wir verfolgen auch die Geschichte ihres Verfolgers. Sie werden gejagt. Und dieses Doppelspiel aus Heile Welt und Böse Welt, das taucht auch so in Der Garou von Leonie Swann auf. Und ja, ich fand es damals schon spannend und hab mich gefreut, dieses Thema wieder zu entdecken. Tiere kennt man außerdem noch aus Fedidee. Und aus Aristocats. Das sagt dir nix. Zeichentrick. Doch, ich bin nur immer wieder begeistert davon, einen tiefen Einblick in deine Seele zu bekommen. Wieso? Das war im Kino, das hat mit meiner Seele nix zu tun. Also, du bist also nicht so vertraut mit dem Werk von David Safi, richtig? To be quite honest, no. Okay, da triffst du auf mich. Ich habe alles von ihm gelesen und gehört bis auf 28 Tage lang. Das hole ich dann später nochmal nach. Ich bin ja so ein Freund von Plattenläden mit Schubladen. In welche Schublade würde man den Kollegen hintun? Unterhaltungsstoff? Unterhaltung, Belletristik. Ich glaube, wenn man ganz böse ist, sagt man Frauenliteratur. Frauenliteratur. Ah, alles klar, Frauenliteratur. Das ist nicht so mein... Aber wirklich super bekannt ist er geworden mit Mises Karma. Und es gibt auch Mises Karma 2. Ich sage euch nochmal, der David Safi ist am 13.12.1966 in Bremen geboren, hat eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, hat später bei Radio Bremen gearbeitet und arbeitet seit 1996 als Buchautor und Drehbuchautor. Und ich finde... Ah, das merkt man. Deshalb, du sagst es. Witzig, du sagst es. Das merkt man auch bei all seinen anderen Büchern. Die sind absolut filmisch, die sind absolut visuell. Im Fall von Happy Family ist es auch als Anime im Kino gelandet. Und zwar, warte mal, das habe ich mir auch notiert, Happy Family war im Kino und war in 92 Ländern im Kino. Kannst du dir das vorstellen? Also dann ist das sowas wie die Skorpions der Unterhaltungsliteratur. Ja, cooler Vergleich. Ja. So die Richtung. Und die Sprecherin, die ich auch mir drauf recherchieren musste, die bringt aber diese Frauenliteratur, also so zwischen Sweet und Böse und alles eigentlich ganz gut rüber. Also das heißt, die ist jetzt auch keine Mega-Granden-Sprecherin, wo einem dann direkt ein Gesicht so quasi wie eine Holographie über dem Schreibtisch aufpoppt. Aber die macht einfach einen guten Job. Eine ganz fantastische Stimme. Also es gibt eigentlich so eine Art Haus-und-Hof-Sprecherin für David Safi, das ist die Nana Speer. Und es war, also sicherlich muss man dann als neue Sprecherin, wenn so andere Sprecherstimmen so klar besetzt sind, sich vergleichen lassen. Genau, mit dem alten James Bond. So sieht es aus. Und ich finde, dass die Jodie Leslie Alborn das fantastisch macht. Ich liebe ihre jugendliche Stimme, die gleichzeitig total rau ist und zu unserem Hauptcharakter Narbe passt. Vielleicht nochmal was zur Geschichte. Ja, Narbe für einen Köter ist schon mal ein blöder Name. Das hat was damit zu tun, dass Narbe ein Straßenhund ist. Und auf der Straße bekommen Hunde Namen, die was mit ihrem Charakter zu tun haben. Eher so wie Indianernamen. Und ein Hund, ein Haushund bekommt so einen Namen wie Otto, Max, Ralf, ganz beliebter Hundenname. Hasso und Rex fällt mir ein. Ganz exakt. Und darüber wundert sich Narbe auch. Als sie Max das erste Mal trifft, sagt sie, wie heißt du? Max? Ja, was bedeutet das? Ja, das ist mein Name. Ah, das ist doch, das ist wie bei Aristocats. Nur bei Aristocats ist der Mann der Straßenkater und die eine ist so eine Beverly Hills Katze. Also das heißt, die Thematik stand schon im Raum. Stand im Raum. Eine immer wiederkehrende Thematik bei David Safir ist auch das Thema Reinkarnation, Seelenwanderung, Seelen, die sich treffen. So was lesen Frauen ja sehr gerne. Seelenwanderung. Das sagst du jetzt so, das finde ich auch ein bisschen frech von dir, muss ich sagen. Also bin ich ja. Ja, bist du auch. Etwas ist ganz anders bei der Geschichte. Durch diese Verfolgerebene, die es bei der Ballade von Max und Amelie gibt, da gibt es eine ganz dunkle Ebene. Sehr grausam. Sehr detailliert wird da beschrieben, wie etwas wehtut, etwas brennt, wie etwas gefährlich ist, abgründig, böse. Das ist schon ungewöhnlich für David Safir. Ich würde sagen, es ist einer seiner grausamsten Texte. Okay, aber hältst du diesen Stoff, wir hatten ja eben gesagt, der Mann ist Drehbuchautor. Glaubst du, sowas ist verfilmbar in seiner, ja fast schon Mythologiehaftigkeit? Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ein Problem mit sprechenden Tieren. Also nicht, wenn sie animiert sind, sondern also Real-Film und dann sprechende Tiere, das... Also da das ja nicht verfilmt ist, sondern hier auf dem Stream gesprochen ist, muss die Frau Alborn diesen Job übernehmen und also sagen wir mal so, es ist nicht meine Thematik, aber das Sprechhandwerk, das gelingt ihr, wie wir eben schon sagten, sehr gut. Ich finde auch, und der Film im inneren Kopf erscheint und lebt und man bleibt dran bis zum Schluss. Ihr Lieben, wir können euch auf jeden Fall die Ballade von Max und Amelie wärmstens ans Herz legen. Ralf, würdest du so weit gehen? Ja, also schon. Also man muss ja auch über seinen eigenen Schatten springen können und auch wenn man zum Beispiel Platten rezensiert, kann man zwar seine eigene Meinung allen aufs Auge drücken, aber man kann auch sagen, die Skorpions haben einen guten Job gemacht. Ihr Lieben, ob David Safir nicht nur mit seinem Ton etwas bricht, sondern ob er ein Happy End beschert oder nicht, das müsst ihr selber herausfinden. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit der Ballade von Max und Amelie, von David Safir, gelesen von Jody Leslie Alborn, erschienen bei Argon. So Ralf, jetzt gehen wir wieder Backstage mit dir, aber anders als sonst. Sonst erhältst du unsere Dunkelheit mit deinen Weisheiten und heute gehst du live ins Interview mit dem Patrick Ehrlich vom Aura-Tonstudio in Berlin. Das finde ich ja toll. Ja, ich hole mir sozusagen Kompetenz live ins Haus. Dann? Und auf den Stream. Mal los. Tonstudios, speziell diese, wo man Wort und Hörbücher aufnimmt, bestehen meistens aus einer gut schallisolierten Sprecherkabine. Dann gibt es eine Scheibe und dann gibt es ein Mischpult. Und an diesem Mischpult sitzt meistens du. Und wenn man das so allgemein sagen kann, was ist die wichtigste Tätigkeit, die du am Mischpult machst, während die ja Sprecher oder Sprecherinnen halt ein Audiobook einlesen? Ja, das Wichtigste ist eigentlich für eine gute Stimmung zu sorgen, dass sich alle soweit wohlfühlen. Ist ja doch irgendwie auch eine recht intime Arbeit. Es sind relativ wenig Leute vor Ort. Es ist der Schauspieler, der spricht. Dann der Regisseur, der neben mir sitzt. Ich bin eigentlich nur dafür da, dass die Aufnahme am Ende technisch einwandfrei ist. Das heißt, dass keine Nebengeräusche drauf sind, dass man darauf achtet. Keine Geräusche, die irgendwie störend sein können, was vielleicht der Regisseur, der sich um seinen Job kümmert, nicht so auf dem Schirm hat, wenn es irgendwelche Atmer sind oder irgendwelche Mundgeräusche, die man vielleicht nachher nicht mehr rausschneiden kann. Das sollte man während der Aufnahme halt berücksichtigen. Also das heißt, wenn du sowas hörst, greifst du ein? Ja, selbstverständlich. Also das heißt, da entstehen dann, wie ich mir das so vorstelle, mehrere Spuren. Wie ordnest du die? Also du musst das ja nachher zu einem nahtlosen Stück zusammen montieren. Ja, das ist jetzt beim Hörbuch verhältnismäßig einfach. Das ist ja jetzt nicht wie beim Hörspiel, dass wir irgendwie riesige Szenen haben, wo viele Sprecher durcheinander sprechen. Wir haben im Prinzip ja nur eine sozusagen Timeline. Das geht chronologisch von vorne bis hinten. Und dann werden einfach die Wiederholungen und die Teile, die wir nicht brauchen, die werden halt rausgeschnitten. Okay, und dann gibt es den Schnitt. Ein Begriff, der noch aus einer Zeit kommt, wo man mit Bandmaschinen gearbeitet hat, glaube ich. Also da wurde was zusammengeschnittelt. Ja, stimmt, richtig. Jetzt passiert es digital. Wie funktioniert das? Also in einfachen Worten, also man fährt Tonspuren oder Digitalspuren zusammen, möglichst nahtlos, dass man einen Flow hat. Genau. Und das ist gerade das Wichtige bei der Arbeit beim Sprachschnitt, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass der Rhythmus der Sprache schön bleibt. Das ist auch eine gewisse Musikalität, die man da in der Sprache auch im Schnitt umsetzen soll. Pausengestaltung, weil der Schauspieler oder Sprecher, die machen ja auch Pausen, die brechen mal ab, die wiederholen Absätze, die machen auch zu lange Pausen manchmal, weil sie irgendwie nochmal schlucken müssen oder sich nochmal auf irgendeine Stimme eingrooven müssen. Und das soll am Ende natürlich so klingen, als wäre es mit einem Mal gesprochen. Kannst du aus deiner reichhaltigen Erfahrung sozusagen unseren Hören sagen, was die häufigsten Fehler sind? Gibt es so einen Top One, also Stottern, Schmatzen? Schwierige Worte. Schwierige Worte. Also Massachusetts zum Beispiel. Ich spreche es jetzt nicht nach, aber ja, solche Worte dieser Art sind natürlich gemein. Einfach Zungenbrecher, wo man nicht so gut rüberkommt. Oft ist es ja dann so, die Schauspieler sind ja schon stundenlang dabei beim Sprechen. Und irgendwann lässt natürlich auch die Konzentration nach. Und dann kann man halt einfach manche Dinge auch nicht mehr so gut artikulieren. Der Sprechapparat lässt nach und dann kann es schon mal dazu kommen, dass dann Dinge einfach nicht mehr sauber ausgesprochen werden. Verstehe. Ja, das ist dann so wie, sagen wir mal, eine klassische Konzentrationsschwäche oder Ermüdung. Wie gehst du damit um, wenn du das merkst, dass der Sprecher oder die Sprecherin quasi eine abknickende Kurve hat? Empfiehlt man dann, morgen am nächsten Tag weiterzumachen oder gibt es irgendwelche Hausmittel, vielleicht ein Rotweinchen oder so, dass noch ein bisschen... Ja, bei dem einen oder anderen könnte wahrscheinlich ein Rotwein helfen. Aber letztendlich ist das ja die Entscheidung des Regisseurs oder der Regisseurin. Sicherlich sprechen wir uns auch ab hinter der Scheibe, wenn wir merken, oh, so langsam lässt es nach. Es geht ja nicht nur um Artikulation, es geht ja auch um Interpretation. Das heißt, dass die Spannung aufrechterhalten wird im Text oder dass einfach der Text noch schön gesprochen bleibt. Und wenn wir merken, sagen, da sind Ermüdungserscheinungen, ja, dann sagen wir einfach, jetzt mach doch mal eine Pause. Und in der Regel helfen Pausen auch. Wenn dann irgendwann die Pausen nicht mehr helfen, dann bricht man ab. Aber letztendlich sind es ja doch echt gute Profis, die hierher kommen. Also hast du den Eindruck, also das ist wirklich gute Profis? Also hast du schon mal so einen Totalausfall erlebt? Ja, klar. Gibt es auch? Natürlich alles. Achso, also ein bisschen Rock'n'Roll ist geblieben. Ein klein bisschen Rock'n'Roll ist geblieben, aber nicht häufig, muss ich dazu sagen. Kostet ja auch alles Geld. Es kommen doch sehr, ja, genau. Die Verlage sind natürlich, glaube ich, auch vorsichtig in der Auswahl. Nicht immer, aber was heißt vorsichtig? Die haben halt die guten, richtig guten Schauspieler auf dem Schirm, die sie dann da besetzen. Ab und zu gibt es dann Ausnahmen oder, ja, Debütanten. Klar, so wie es auch Autorendebütanten gibt, gibt es auch Hörbuchinterpreten-Debütanten. Und das ist dann oft natürlich mehr Arbeit, kann aber auch sehr großen Spaß machen und kann auch ordentlich in die Hose gehen. Verstehe. Also alles ist möglich, wie bei Toyota. Stimmt es eigentlich, dass man mit dieser digitalen Schnitttechnik aus vier Buchstaben, die irgendwo frei rumstehen, ein Wort montieren kann und der Hörer denkt, ein Mensch hätte das gesprochen? Also vier Buchstaben könnte man zusammenschneiden, sodass es nach vier Buchstaben klingt. Also Hose, nein, also eher Fragmente. Also Fragmente geht schon und da können es auch kleine Fragmente sein, nur die müssen natürlich in der Wortmelodie passen. Also man kann aus einem Sch-Laut ein C-H-Laut machen oder man kann ein T hinten ranhängen bei einem Wort oder man kann auch eine EN-Silbe hinten noch ranhängen oder man kann auch in einem Wort vielleicht sogar noch ein U gegen ein O austauschen, aber da muss man wirklich lange suchen und das Fragment im Text finden. Aber man kann schon was reparieren, das geht schon, ja. Verstehe. Noch was zum Ablauf. Es ist ja so, wenn du mit dem Schnitt zufrieden und fertig bist, kommt ja nochmal die Institution des Abhörens. Ja. Und dieser Mensch soll dann Fehler entdecken, die der Regisseur oder vielleicht du gemacht hast. Wie ist da so deine Quote? Gibt es da also pro Stunde? Oh Gott, meine Quote? Ja, nur ungefähr. Das hängt ja auch vom Material ab. Okay. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, dass es Quoten gibt. Es gibt Produktionen, die sind tatsächlich fehlerfrei. Ja. Und es gibt sogar Produktionen mit neun oder zehn CDs, die fehlerfrei sind, was mich dann immer ganz stolz macht. Aber es gibt natürlich auch den absoluten Super-GAU, dass dann Listen ankommen, die in die Dutzende gehen. Das heißt, es kann sein, dass du dann 150 Korrekturen hast. Oder es kann auch passieren, dass der Hauptprotagonist der Name falsch ausgesprochen wird und du hast dann irgendwie 400 Mal den Hauptprotagonisten falsch ausgesprochen. Und dann kommt die große Frage, ja was nun? Kommt dann nochmal der Schauspieler und sagt ein Wort? Ja, durchaus. Es gibt auch Nachaufnahmen. Kommt gelegentlich vor, zum Glück nicht allzu häufig, denn das kostet natürlich auch sehr viel Zeit und Nerven. Und letztendlich geht es auch auf Kosten der Interpretation, weil die Schauspieler natürlich nicht mehr den Duktus haben werden, den sie bei der Aufnahme hatten. Also sie können versuchen, das so ein bisschen technisch nachzusprechen. Aber allgemein, das wird nicht mehr so werden. Verstehe. Zum Abschluss nochmal so eine Tech-Frage, weil wir ja auch im Streaming-Internet-Bereich sind. Ich nehme an, du beschäftigst dich auch mit neuen Entwicklungen. Kannst du dir vorstellen, dass der Sprecher eines Audiobooks irgendwann mal von einer künstlichen Intelligenz gemacht wird? Leider ja. Also der Weg geht ja schon dahin, dass es an solchen Software, ja, Entwicklungen oder an Software gearbeitet wird, die sprechen kann. Aber ich glaube, dass die wirklich gute Interpretation eines guten Lesers kaum oder nicht erreicht. Das dauert noch. Ja, das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Letztendlich glaube ich, ist es aber auch nicht, wird es dem Hörbuch nicht gerecht. Ich glaube, die Magie eines Menschen, der seine Kreativität hat, der einfach, ja, seine eigenen Ideen hat, den Text zu interpretieren, wie soll man das letztendlich, ich glaube, das wird dann schon abgeflacht. Aber wir sind definitiv noch nicht so weit. Und ich hoffe auch, dass wir bald möglichst nicht so weit sein werden und dass es nach wie vor noch schöne, viele, individuelle Hörbuchproduktionen von tollen Schauspielern und Sprechern geben wird. Ja, das war doch ein schöner, versöhnlicher Abschluss. Kommen wir nun zu etwas komplett anderem. Wir kommen jetzt zwar nicht zum Wetter oder den Lottozahlen, sondern wir kommen jetzt zu Florian Illes, 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte, gelesen von Ulrich Nöten, erschienen bei der Audio Verlag. Der erste Teil von 1913, der Sommer des Jahrhunderts, ist 2012 erschienen und war auch in diesem Jahr das meistverkaufte Sachbuch. An sowas kann man sich nicht messen. Ich war neulich in Spanien und so, in Sevilla, da stand es auch rum. Man kann sich daran nicht messen und man muss sich daran auch nicht messen. Nein, das ist, glaube ich, auch nicht geplant. Also so nach dem Motto, wenn man ein Dreifach-Album als Band macht, kommt danach noch so eine Art Zwischendurchplatte. Falls jetzt jemand den ersten Teil gar nicht kennt und gar nicht weiß, worum es sich handelt, wie würdest du es für den nichtwissenden Hörer oder die nichtwissende Hörerin zusammenfassen? Ja, es ist eine Montage von prominenten Biografien, Picasso auf diesem Level, die im Vorhof, muss man ja so sagen, des Ersten Weltkrieges noch genauer, zwischen Dezember 1912 und dem beginnenden Jahr 1913 verschiedene Sachen machen. Also er erzählt individuelle Geschichten, die im großen Ganzen sozusagen das Zerbrechen des alten Europas quasi manifest machen. Das war jetzt in seinem Großwerk auch und hier kommt es nochmal so teilweise auch ein bisschen humorig wie mit der Lupe drauf. Also es ist so ein Potpourri, ist aber auch ein blödes Wort. Ja, weil Potpourri klingt auch wie ein bunter Blumenstrauß. Nee, das klingt wie eine Rumbanuss, so. Kalypso, ne? Und auch, wir haben das ja hier, diesen Limbo, um im karibischen Bild zu bleiben, muss eben auch der Sprecher Uli Nöten erfüllen. Also der muss quasi diese Stimmung da auffangen, die auch manchmal ein bisschen albern ist. Das soll vielleicht auch so, aber eigentlich ist das Thema ja ernst. Es ist ein ernstes Thema. Es ist sehr humorvoll angeschaut und ich finde sehr gelungen von Ulrich Nöten vorgetragen. Es ist nämlich gar nicht einfach vom Hundertsten ins Tausendstel zu kommen, ohne dass der Zuhörer abdriftet, sondern du willst ihn ja halten. Du willst permanent diese Spannung zu erzeugen und dem Hörer im Ohr zu bleiben, finde ich eine absolut große Herausforderung und ist schwer. Aber ich glaube, man kann sich darauf jetzt nicht so richtig doll vorbereiten, weil es geht ja nicht ganz doll um einen dramaturgischen Bogen, Emotionen. Nee, nee, es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Epos, also es ist jetzt nicht Krieg und Frieden von Tolstoi oder sowas. Was glaubst du war nochmal die Herausforderung für Ulrich Nöten? Ja, also um so in einem bildende Kunst oder Musik, es ist halt Eklektizismus und suchen Sie mal Frau Mieze einen Spezialleser oder Leserin für Eklektizismus. Also du bist bei Track 5 ein Clown und bei Track 7 ein Leichenträger und das in einen Flow zu bringen. Und da haben wir Ulrich Nöten. Ich finde, dass sich 1913, was ich noch unbedingt erzählen wollte, anhört wie Hop on, Hop off. Du kannst jederzeit, gefühlt, also mein Gefühl, total subjektiv, du kannst jederzeit ein- und aussteigen. Du kommst immer pünktlich, man kommt vom Hundertsten ins Tausendstel. Das ist sicherlich ein Hörbuch, was man hören kann auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man gerade in der Wohnung am Rumpuzzeln ist und was zu tun hat. Ich glaube auch, das ist ein Hörbuch, was man immer wieder hören kann, weil die Geschichten wirklich ineinander fließen und sich zum Teil verlieren. Und dann hängt man noch an der Geliebten von Rilke und an Arthur Schnitzler. Was hat er denn da jetzt wieder verbrochen? Und also es ist wirklich, ja. Vielleicht wäre es eine kreative Leistung des Hörers, irgendwie technisch die Reihenfolge individuell zu machen, weil das ist bei diesem Buch möglich. Also dass man, sagen wir mal, Track 17, also Kapitel 17 und das also nicht chronologisch hört. Ginge auch. Ginge absolut und geht mit ganz wenig Hörbüchern. Das stimmt. Wem würdest du denn dieses Sequel ans Ohr legen? Ja, ungefähr den 8.500.000 Leuten, die schon das mega 1913 Epos gekauft haben. Geschichtsinteressierten Leuten oder so eine Mischung aus Historiker, Professor, die aber auch Gala lesen. Ganz genau. Es ist Information und Infotainment nennt man, glaube ich, diese Sparte. Ja, ich glaube, das würde der Autor nicht so gerne hören, aber es ist so Infotainment für die gebildeten Stände, sagen wir so. Es ist auch etwas für Menschen wie mich, die den ersten Teil nicht kannten und so komme ich nämlich vom zweiten Teil zum ersten Teil. Und ja, ich kann nur sagen, liebe Abhörer und Abhörerinnen, wenn ihr neugierig geworden seid, dann hört rein. Ihr habt ja Ralf gehört. Fangt einfach irgendwo an. Wir haben gerade besprochen 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte von Florian Ilyes. Hervorragend gelesen von Ulrich Nöten, erschienen bei der Audio Verlag. So, ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Etwas Hörbuch muss sein. Hören Sie bald wieder rein. Wir hatten in dieser Folge David Safir mit der Ballade von Max und Amelie gelesen von Jodie Leslie Ahlborn. Außerdem war Ralf Backstage, hatte Patrick Ehrlich vom Auraton Studio Berlin im Gespräch. Und wir haben diese Folge abgeschlossen mit Florian Ilyes 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte, gelesen von Ulrich Nöten. Es war uns ein Vergnügen. Wir freuen uns auf euch und Folge 8. Ralf! Ich freue mich auch. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.